Wow, Blue, ich war vorher noch nie in Chinatown. Ich wusste schon immer, dass du kulturell veranlagt bist. Hongkong. Also, wo essen wir? Ach, weißt du, ein Lokal namens Goldener Lotusdrache. Der Goldene Lotusdrache? Yep, die haben das beste Chao Mian in der Stadt. Was ist Chao Mian? Das ist Chinesisch für Nudeln. Na, ist das was? Es sieht so kunstvoll aus. Ich glaube, das nennt sich orientalisch. Halt! Wer wagt es, sich dem Goldenen Lotusdrachen zu nähern? Oh, äh, wir wollten nur ein wenig Chao Mian. Nicht jeder darf hier essen. Unser Chao Mian ist nur für wahre Kung-Fu-Meister. Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, könnten wir bitte einen Tisch für zwei Personen bekommen? Narren! Wenn ihr unseren Schatz haben wollt, dann müsst ihr erst an mir vorbei. Blue, oh mein Gott, bist du in Ordnung? Was sollte das denn? Vielleicht sollten wir woanders hingehen. Nein, warte, ich werde diesem Kerl mein Nieren beibringen. Oh, Blue, du bist so tapfer. Hey, Kumpel, was glaubst du eigentlich, wir... Du streunender Köter! Denkst du, du kannst mich besiegen? Angsthaft, du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja! Was ist dein Problem? Wir wollen doch nur ein bisschen Chao Mian. Lass mich los! Pink! Hey, ihr Wichser, lasst sie gehen! Bitte? Blue, hilf mir! Das Chao Mian des Goldenen Lotusdrachen ist nur für wahre Kung-Fu-Meister. Und da dein Kampfstil sehr schwach, was so wie weiche Nudeln isst, werden wir deine Freundin hier bei uns behalten, bis du dich letztendlich als würdig erwiesen hast. Nein! Diesen Blinzelwettbewerb wirst du Haushof verlieren, du Penner. Sag ich doch! Alter, ich brauch deine Hilfe. Ich und Pink waren beim Goldenen Drachen-Lotus. Und dann haben mich diese Typen zusammengeschlagen und Pink entführt. Was soll ich bloß tun? Sch-sch-sch-sch-sagtest du? Der Goldene Lotusdrache! Und nachdem sie dann Pink entführt... Alter, die haben das geilste Chao Mian in der Stadt! Lass uns welches holen! Aus dem Weg! Ich will mein Chao-Main! Nur Kung-Fu-Meister dürfen hinein und sich an unserem köstlichen Chao-Main erfreuen! Na klar! Ihr geht besser zur Seite, bevor ich euch mit meinem Kung-Fu in Einzelteile zerlege! Du begehst einen großen Fehler! Ach, wie viel guckt! Oh, come on! Huh? Oh, come on! Huh? 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 Pink! Blue, du bist gekommen. Oh, du hast also meine Männer besiegt. Das macht dich aber noch lange nicht zu einem Kung Fu Meister. Ich hab keinen Plan, was du da laberst, alter Mann. Aber wenn ich mit dir fertig bin, dann Blue isst du Sojasauce. Oh, das werden wir ja sehen. Gah! 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 Also, wo ist dein Schaumain? Ich hab scheiße Kohldampf, alter! Du, du bist wahrlich ein Kung Fu Meister. Hier, nimm das. Du hast es dir verdient. Ah! Es ist die letzte Schüssel. Sweet! Kriegen wir auch was? Bon pffo! Oh man, das sieht so lecker aus.